Ein Baum Ein Baum wird als Samen gesät, der wurde vom Winde verweht. Er wurde aus Blüten geboren, ein Vogel hat ihn mal verloren. Ein Baum wächst alleine heran, er wächst und er tut, was er kann. Die grünen Blätter zu wiegen, im Sturm kann er sich verbiegen. Wie ein Baum, so möchte ich sein, so standhaft im Leben im Schein, der Sonne und auch im Regen und würde mich nicht bewegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zu leiden oder auch nicht, als Baum stehe ich im Sonnenlicht und wiege mich im Mondenschein, als Baum bin ich glücklich allein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020